Das hatten wir schon sehr lange nicht mehr. Ein Sieg! Ein Sieg! Wer erinnert sich noch an den letzten? Und damit herzlich willkommen zur Spieltagsrückschau mit dem FCS-Blog. Der 1. FC Saarbrücken entführt drei Punkte aus Magdeburg. Und ich habe ja vor diesem Spiel gesagt, ich bin sehr zuversichtlich, dass man in Magdeburg gewinnt. Und ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich zwischendrin nicht das ein oder andere Mal gedacht habe, hm, das geht doch wieder in die Hose. Aber im Grunde ist es am Ende ein Spiel gewesen, so wie man es sich im Vorfeld fast hätte denken können. Denn fast mit der ersten Aktion vom Spiel sieht man die eklatante Schwäche von Magdeburg in der Rückwärtsbewegung, in der Abwehr. Da geht der Ball relativ schnell durch und dann ist man halt so ein bisschen behäbig und foult Jason Breitenbach, der mir sehr gut als Rechtsverteidiger nach vorne gefällt, aber der mir in der Defensivleistung noch ein bisschen besser gefallen könnte. Dazu später mehr. Jedenfalls steht es sehr schnell 1 zu 0 für den 1. FC Saarbrücken. Sebastian Jakob beendet seine Durststrecke im Sturm mit einem Elfmeter. Das hat ihm sicher auch nochmal gut getan. Auch dazu später mehr. Nun kommen wir in eine Phase des Spiels, mit der ich gar nicht mehr so zufrieden bin mit dem 1. FC Saarbrücken. Magdeburg bekommt die Chance, die neu verpflichteten Offensivkräfte Salyu Sané und Niko Granatkowski stark zu machen. Und trotzdem spielen die sich eigentlich relativ wenig Chancen selbst heraus. Oft sind die gezwungen, wie bei der besten Aktion, wo der Ball erstmal in die Latte geht, aus der zweiten Reihe den Abschluss zu suchen. Da hat der FCS natürlich ein bisschen Glück. Aber auch bei den anderen Situationen ist es oft so, wie über die gesamte Dauer des Spiels, dass die Abwehrarbeit beim 1. FC Saarbrücken eigentlich gut ist, aber oft im Spielaufbau schon die ganz ärgerlichen Ballverluste entstehen. Da muss ich auch nochmal unseren Kapitän Manuel Zeitz erwähnen. Der spielt mir in letzter Zeit zu oft gefährliche Fehlpässe oder lässt sich zu oft in Bewegungen den Ball abluchsen, wo es dann ein schnelles Umschalten vom Gegner kommt und plötzlich ist es ganz brandgefährlich hinten drin. Und so verwundert es auch kaum, dass noch vor dem Pausenpfiff das 1 zu 1 fällt durch Salyu Sané und erneut ist Jason Breitenbach beteiligt. Aber diesmal auf der anderen Seite des Platzes und da wie angesprochen, ich finde, da haben wir auf der rechten Abwehrseite jetzt endlich mal ein bisschen mehr Konkurrenzkampf. Das tut auch Not durch den Ausfall von Bösel. Allerdings finde ich in der Defensivarbeit Breitenbach noch ein bisschen ausbaufähig und die letzten Angriffe in der zweiten Halbzeit waren ja auch überwiegend über die linke Seite. Das ist bekanntlich die starke Seite der Magdeburger und es ist halt auch die Abwehrseite von Breitenbach. Steigerungsfähig, aber Jason Breitenbach ist ja auch noch ein junger Kerl, von dem werden wir sicherlich auch noch so einiges sehen. In der zweiten Halbzeit gefällt mir der 1. FC Saarbrücken dann aber wieder deutlich besser. Das Tor fällt allerdings durch einen Standard und nicht herausgespielt aus dem Spiel. Das ist aber trotzdem enorm wichtig, denn da sehen wir mal wieder einen Sebastian Jakob in seiner gefährlichsten Form, nämlich als Kopfballspieler vorne drin. Ein echt sehr schön geschlagener Ball und Jakob macht es dann ganz richtig. Er macht den Kopfballaufsetzer, der ist dann natürlich super schwer zu halten. Der Ball fällt rein, 2 zu 1. Und mit dieser Position ist es natürlich sehr viel einfacher für den 1. FC Saarbrücken. Später gibt es noch eine sehr gute Flanke von Schipnowski, da könnte er fast das 3 zu 1 machen. Aber das ist dann auch eine der wenigen Torzehen, die es in der zweiten Halbzeit für den FCS gab. Eigentlich spielt sich das Spiel vor allem in der Saarbrücker Hälfte ab. In der Gesamtbetrachtung finde ich, dass das Defensiv in der zweiten Halbzeit eine stabile Leistung war, auch wenn es natürlich so ausgesehen hat, dass wir schwimmen. Aber zu richtig brandgefährlichen Situationen für Magdeburg ist es gar nicht so oft gekommen. Was auf jeden Fall ausbaufähig ist, ist das Umschaltspiel, das Offensivspiel. Da erwarte ich mir auch noch ein bisschen mehr von unserem Neuzugang. Julian Günther Schmidt, der war nach der Einwechslung leider auch nicht so wirklich präsent. Und es gab mehr als eine Gelegenheit, da hätte man durchaus mit einem besser gespielten Konter, das hat man gegen Ende wieder mehr versucht, auch noch den Sack zumachen können. Und dann hätten wir alle wahrscheinlich weniger gezittert. Klar hätten wir weniger gerne gezittert, aber am Ende sind wir doch alle ziemlich froh über diese drei Punkte, die eine lange, lange Durststrecke beenden.